Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zurück zu Hausflipper. Weiterhin im Luxe-DLC. Wir räumen jetzt erstmal den Müll auf. Bis jetzt hatten wir hier im Haus ehrlich gesagt nur Kleinigkeiten zu tun, obwohl es eine Riesenhülle ist. Aber abwarten, abwarten. Erstmal hier jedes Gegenstelle verkaufen. Foto New York. Den Weg mit dem New York. Nachtlampe Leopold. Die auch. Das Bett Ramses soll weg. Und Nachttisch Ramses oder Remaris. Das selbe. Gut, den Auftrag könnten wir sogar rein theoretisch schon abgeben. Ja, mal Lugi-Lugi machen. Hier soll kein Bett mehr rein. Okay. Was ist eine Flonze? Nehmen wir erstmal die zwei guten Bücherregole. Die eigentlich auch nur hier hinpassen, wo das Bett stand. So. Warte mal, ich versuche den mal ein bisschen mittig hinzustellen. Nehmen wir ungefähr so. Aber wieso geht es auch so? Ein bisschen Abstand, ne? Warte mal, das steht mir nicht. Die Seiten, die sind unterschiedlich lang. Du, warte mal die. Das geht so nicht. Das ist, ne. Kriege ich aber auch nicht aneinander, ne? Doch. Ja, guck, jetzt ist hier ungefähr der gleiche Abstand wie da. Das ging so nicht. So, ausklappbarer Holztisch. Hm, der könnte man ja auch nicht perfekt hier so vor das Fenster stellen. Kann man beim Sitzen gleich auf die Yacht gucken. So, Hölzer in der Bastul. Zweimal. Der soll doch bestimmt nicht vor den Tisch, oder? Aber gut. Wir stellen mal einen hier hin. Und einen da hin. Dann haben wir einfach eine große Antikfax-Stuffelei. Das ist wirklich eine sehr große Stuffelei. Eine stellen wir hier so ein bisschen schräg hin, dass man beim Arbeiten, beim Malen, so ein bisschen gucken kann. Und die andere würde ich schon fast sorgen hier so vor. Und den sollen wir ja auch noch eine kleine Stuffelei. Das ist aber wirklich eine sehr niedliche Stuffelei. Die nehmen wahrscheinlich deswegen auch die Hocker hier so zum Arbeiten. Rauf. Genau. Und zwei Yucca-Palmchen. Ah, okay, doch, okay. Und eine passt sehr gut hier in die Ecke. Ja, und die andere, finde ich, passt hier sehr gut in die Ecke. Daraus wohnt ein Arbeitszimmer. Das war das Bad, ne? Jo. Genau, mit dem Raum nehme ich auch fertig. So, dann haben wir hier noch den Großen und dann das Kinderzimmer. So, Müll ist hier nicht. Denn Gegenstand verkaufen. Wie sie auch sagte, gerümpelt weg. Ne, das nicht. Weg drum mit. Das auch nicht, okay. Wir sollen nur noch einen Gegenstand kaufen. Ein Sofa. Ein Sofa, okay. Was vermutlich wirklich hier hin soll. So, dann ist der große Raum hier auch fertig. Das ist mal ein Haus hier, ne? Riesenhöhne, nichts zu tun. Gut, das hier war auf jeden Fall ein Kinderzimmer, was anscheinend nicht komplett fertig wurde. Aber erst mal Müllweg. So. Gegenstände verkaufen. Bossweg. Ich weiß nicht, ob die weg sollen. Der soll weg. Der soll weg. Der soll weg. Wir sollen einen Esel verkaufen. Ach doch. Die männliche Bevölkerung. Okay. Dickenlompe. Kinderpakete Dinos. Die sollen wirklich weg. Okay. Und Bambino gemusterte Garderobe. Der da, ne? Eww. Hier sollen wir auch nicht viel machen. Wenn ich es richtig sehe, soll ich hier nur ein Sofa rein. Und die Wände halt, ne? Voice und dunkelbraune Paneele mit Tapeten BioWolf. Ach, du Heilige. Hm. Naja. Okay, dann nehmen wir die Blümchen. So, davon sollen aber nur zehn Stück. Also vermute ich mal. Ah, die Wand sind auf jeden Fall mehr als zehn. Wahrscheinlich die Tür, ne? Müsste man mal ausprobieren. Wo oder immer? Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben, acht, neun, zehn. Elf, zwölf. Gut, aber ich weiß auch nicht, ob mir die Tür damit zählt. Ich glaube, die Wand ist das. Machen wir einfach mal. So, ja, so. Dafür konnte ich nichts. Ah, zählt damit. Echt, mehr soll nicht? Wer hat das schon gezählt? Das können wir ja nicht so lassen, du. Das können wir so nicht lassen. Wir nehmen trotzdem noch die Farbe dazu. Schlicht und einfach weiß. Da reicht ein mittlerer Eimer. Das geht nicht. Wir haben Anstand, Mensch. Wir streichen hier zumindest die anderen Wände noch weiß. Die, die, die. Zumindest haben wir hier mal eine schöne Musik jetzt. Ist auch mal ein bisschen abwechselnd. Zu dem wir hier ja eh schon weiß haben, ne? Ja. Sieht zwar auch ein bisschen komisch aus, nur die Wand, aber guck mal, der Rest ist nämlich schon weiß. So, weg, weg, weg. Und jetzt soll hier nur ein Sofa rein. Mehr nicht. Ähm, wo hat er denn mal? Gegenstand kaufen, Sofa. Ach, ich darf eine selbst aussuchen. Gut, die Frau steht ja auf modern, ne? Sie will nichts von der Vergangenheit. Also fallen die schon mal flach? Und die sind hier alle echt. Ist mir echt selbst überlassen? Was für ein Sofa? Sowas hier ist doch eigentlich hübsch. Die Frage ist nur, kriegen wir hier ein Ex-Sofa rein? Ich glaube nicht, weil das Fenster hier so doof geschnitten ist. Aber sowas hier? Farbe ist auch okay. Das ist sogar sehr okay. Das würde sogar ich so nehmen. Das nehmen wir hier einfach jetzt noch in die Wand und in den Postert. Jo, mehr wollte sie hier ja nicht rein haben. Sehr leerer Raum, aber gut. So, ich glaube, wir machen mal Licht an, ne? Wird dunkel. Haben wir hier oben auch alles fertig? Ich meine, ich kann ja mal kurz gucken. So, Keller weiß ich. Da waren wir noch nicht. Erdgeschoss. Haben wir alles. In der Tasche sind wir jetzt. Haben wir auch alles. Okay, bleibt uns nur noch der Keller. Und der Keller geht hier runter. So, Esmo, Licht on. Sehr schön. Fangen wir hier an, würde ich sagen. Aber ich mache erstmal über Licht an. Wir haben gerade Nachtmensch. Man sieht ja nichts. Hier ist nicht mehr Licht. Im Bad gibt es auch kein Licht. Okay. Auf jeden Fall Gegenstände verkaufen. Hier soll man einiges verkaufen. Das WC soll weg. Der soll weg. Die Dusche soll weg. Ah, hier geht es los. Das soll nicht weg. Nein, das soll gar nichts mehr verkaufen. Ähm, ich mache wohl erstmal das WC. Lichtschalter sollen wir hier anbauen. Alles klar. Komm, ist ja alles ein bisschen moderner. Kriegen sie hier einen schönen Mammordeckel. So. Ich montiere ihn. Das ist sehr schön. Dusche soll auch wieder hin. Die stand auch hier, ne? Ich weiß nicht, ob das so passt, ehrlich gesagt. Werden wir sehen? Weil ich glaube, die Inspirationen sind nur die Wände und der Fußboden. Sieht zumindest danach aus. Aber werden wir gleich sehen? Ah, Post. Aber es ist sehr, sehr beengt. Ja. Aber das Clou, hier war ja der Anschluss, ne? Hier kann ich ja nichts für, ne? Das ist so ja so, ne? So, das Wurstbecken noch. Das muss auf jeden Fall hier hin. Sack. Zumindest ist das mal der erste Raum, wo wir ein bisschen mehr zu tun haben. Sehr schön. So, und den Lichtschalter soll natürlich noch. Und den müssen wir uns mal um die Inspirationen kümmern. Den packen wir mal direkt hier. Nehmen. Und ich gebe es hier ja trotzdem noch nicht. Aber wir fangen an mit Fußboden. So, das hier ist ein Boardezimmer. Da müssen wir auf jeden Fall Fliesen rein. Und ich, ehrlich gesagt, so Marmor auf dem Fußboden finde ich hübsch. Das muss natürlich mit hier. Sehr schön. Ja, Lampe kommt gleich. Und Wandbelock. Könnte man natürlich auch Marmor machen oder einfach nur weiß. Ehrlich gesagt würde ich gerne. Wenn wir es dürfen, wäre zweifarbig mal. Mit den und den. Das wäre, das ist halb-halb. Okay. Ähm, ich nehme mal zwei. Ich weiß nicht, wie viele wir brauchen. Budget wird schon reichen. Und ähm. Ich hätte gerne die. Dann nehmen wir auch mal zwei von. So, warte mal. Da machen wir eine Lampe hier total blendet. Machen wir einmal kurz hier. Deckenlauble Tube Tube. Es ist ein Bad, ne? Da hängt Pastelkronleuchter überhaupt nicht rein. Ich glaube, wir nehmen die da. So, und dann können wir unsere nämlich ausmachen, die so blendet. Und dafür Licht anmachen. So, und ich würde mich gerne wieder den Duschbereich dunkel. Das gerne dunkel und den Rest hell. Mal gucken. Wie das aussehen wird. Ich meine, wir müssen sowieso das ganze Bad machen. Ah, das wäre schon okay. Mir gefällt so das gequetschte Klo nicht so wirklich. Aber da war ja der Kloanschluss. Woher hätte ich denn ahnen sollen, dass die Dusche so groß ist? So, äh, den nochmal. Hier, gib mal her. So, nur das dunkel. Vielleicht über die Tür nochmal so dunkel und den Rest hell. Ja, das könnte man vielleicht noch machen. Dann gekauft haben wir sie eh. Gut, so, den lege ich mal wieder rauf. Den nehmen wir jetzt nochmal, die hellen. Und ich glaube, das passt ganz gut mit den Weißen. Dann sehen so die Marmorflächen so ein bisschen aus wie so Spiegel. So, gib mal her. So, nochmal. So, hier denn nochmal. Ich glaube, das war auch das Einzige, was hier noch fehlt, der Wandbelag. Ah, wenn wir sehen, auch gleich noch Inspiration in Gumm. Wir brauchen die doch nochmal. So, und hier muss noch einmal lang. Ah, reicht doch auch gerade eben so, ne? Einen haben wir über. So, ja, ja, da kommt noch was. Okay, aber ich finde, so sieht das auch ganz gut aus. So sticht das ein bisschen vor, genau wie hier und da über der Tür. Macht das Ganze auch ein bisschen moderner, ne? Ey, los mal raus hier. Pop mal weg. Oh, das ist bestimmt der Spiegel hier. Jo, 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 jo. Spiegel, Leomone, das ist ein Billy Spiegel. Wir sind hier im Gehobenen. Das wäre natürlich ein sehr teurer Spiegel. Der ist aber hässlich. Wir nehmen den da. So, genau hier rüber. So, das war es hier auch mit dem Bart. Das ist sehr schön. Ähm. Wich, wich. Jo, das wird doch besser. Das Kluge fehlt mir nicht. Das hätte ein bisschen noch Damen. Na ja, gut. Da muss sie halt ein bisschen quetschen, die Dame. So, ich glaube zwar nicht, dass die Lampen hier lange stehen werden. Aber, ne, wir sollen sie nämlich verkaufen. Was heißt, wir machen erst mal die. Mensch, lass wieder Tag werden. Mensch, morgen sieht hier doch nichts. Soll ich ja auf jeden Fall alles weg. Gut, gut. Gegenstand kaufen. Hängendes Holzregal. Hier eins nacheinander. Fangen wir mit dem Bodenbelag an. Du hast den Winde. Das Boden, ne? Hm, Eichmosaik. Ich würde hier gerne mal, weil hier so vieles so dunkel ist. Auch wenn die Reichen da gerne draufstehen, was Helles reinmachen. Wir nehmen die gute Kiefer. Du hast weh mal was anderes. Das kann nicht immer so gläuchig sein hier. Das geht gar nicht. So. Hier fehlt noch ein bisschen. Sehr schön. Gut, Wandbelag. Möbel. Da ich noch nicht weiß, wie die anderen Möbel sollen. Will ich das Holzregal noch nicht hinstellen? Das soll vermutlich... Alter, wer macht sich denn sowas an die Wand? Der ganze Raum in derselben Farbe. Gut, da wir jetzt bis jetzt nix wo Farbe haben. Neuer Morgen sah eigentlich immer gut aus, ne? Würde ich auch sagen, wir strechen das jetzt ausnahmsweise mal alles in einer Farbe. Ja, wir nehmen ein neuer Morgen. Nehmen dafür den großen Eumer. Ich sehe ja sowieso, weil ich meine, hier ist ja schon durch die Fenster. Was für ein Tag, ne? Ja, für ein Tag. So viel freie Fläche weg. Ich glaube hier zweifarbig würde nicht aussehen. So, gezielt hat das Sträuchen auf jeden Fall schon, aber eins nach dem anderen. Hier wird schon alles gestrichen und nicht drum gefrischt. Hier, die werden auch mitgestrichen. Und da, die Ecke wird auch mitgestrichen. Jo, so können wir die Farbe vergauen. So, dicken Lompin. Die machen wir jetzt erstmal ran. Ähm, ja. Ich würde so gehen, die sind ja alle hässlich. Wir machen diesen komischen Kronleuchter hier ran. Ungefähr hier, wo die Inspiration sorgt. Sehr schön. Ich hoffe, dass das da komisch aussieht. Jetzt geht es mich los. Das habe ich mir gedacht. Deswegen, deswegen wollte ich das Regal zum Schluss machen. Obwohl das Regal bestimmt hier zwischen sei. Dort bin ich mir sicher. Wenn der Mord den da... Oh, da. Was ist das hier? Nee, das soll nicht da hin. Okay. Doppelbett Kau. Okay. Die Frau steht ja eher auf modern. Das einzige moderne, schöne Bett ist dort da. Auch übelst teuer, ehrlich gesagt. Aber wir sind ja schon im Keller. Alles andere haben wir ja schon fertig. Das soll mich so. Deswegen auch die Lampen. Oh, deswegen die Lompis. Gut. Dort ist ein Schränk. Und die sind ja alle botten hässlich. Besonders der. Und mit dem Schrank Viagra. Der postet hier perfekt. Ja, Viara. Ich glaube, Viara. Ist ja fast dasselbe. Jo, das passt schon. Macht das Ganze ein bisschen moderner. So. Dort ist er Tisch. Ich weiß nicht, was das für ein Kautstift sein soll. Befinde ich mich mal. Wir waren sehr kleiner. So. Und dort ist er. Sie ist. Komm, dann nimm mal was ganz modernes. Findem wir den da. Bestimmt hier einfach nur so zum Sitzen im Schlafzimmer, um aus dem Fenster zu gucken und die Yacht zu beobachten. Obwohl die ist da. Wo geh mal raus hier. Eigentlich fehlt. Ja doch, da fehlt noch ein bisschen was. Das Regal habe ich nicht vergessen. Das machen wir zum Schluss. Da soll ein Gemälde rüber. Realismus. Volokuta. Mutter Erde. Treffen. Schicker Abend. Schicker Abendpost. Oh nee. Ist schließlich ein Schlafzimmer. Aber ich glaube, das brauchen wir in Kleinen. Selbst Kleinen ist noch zu groß. Wir sollen das ja in posten. Wie stellt ihr euch das denn vor? Ah, man kann es drehen. Das passt schon besser. Hat aber nicht gezählt. Warum nicht? Bist du jetzt wieder Buggy? Sag mir jetzt nicht, das Bild muss wirklich so rumhängen. Mal kurz gucken. Zählt trotzdem nicht? Wieso zählt das Bild so, nicht? Nun mal zum Testen. Nehmen wir mal ein anderes Bild. Was? Einfach nur mal zum Testen. Das ist viel zu groß. Irgendwo hinklatschen. Ah, das ist wieder so eine Buggy-Inspiration. Okay. Warte more. Vielleicht zählt das wohl jetzt. Und das sind definitiv für alles Bilder. Definitiv. Zählt aber vermutlich auch nicht. Nö. Ja, wie soll ich denn das jetzt hier machen? Du, wenn das nicht zählt? Machen wir erst mal die anderen Sachen. So, hier soll. Dann nehmen wir bestimmt das Pflänzchen, würde ich sagen. Ja, so eine gute Kentier-Polme. Wofür, die zählt zumindest? Ja. Und ansonsten fehlt eigentlich nur noch das Gemälde, was dran ist. Ich will nur mal was ausprobieren. Das Bett mal ein bisschen vor. Vielleicht liegt das schlicht und einfach. Hätte ja sein können, dass es dran liegt. Das ist nicht ordentlich. Das zählt wieder nicht. Ey, das kennen wir doch schon. Einfach nur mal zum Test. Will einen doch verarschen, Mensch. Der will einen doch verarschen. Das muss echt so ein großes Bild sein. Sonst zählt der Land. Ja, das Bett sollte hier aber auch hin, du. Deswegen ja auch extra die Lampen. Ja, ich meine, Bett vor dem Bild ist natürlich nicht das Schönste, ne. Aber Spielsucht ja geht nicht anders. Dann ist es eben so, ne. Okay. Kann man nicht ändern. Auf jeden Fall finden wir jetzt noch vier Regoli. Vier so kleine Kie. Die könnten wir entweder hier nehmen machen. Oder auch da nehmen. Oder die können wir eigentlich immer, wo wir wollen. Aber auf jeden Fall nicht vor das Fenster. Man könnte das natürlich auch so übers Bett rüber machen. Das wäre doof. Man könnte ja auch hier eins hin, so als Nachttisch. Hier eins hin. Ah gut, muss ich gleich mal gerade hinhängen. Lass sie so als Nachttisch fungieren. Aber warte mal. Der muss einen Tickle runter. Und der muss einen Tickle rüber, ne. Jo. Ich glaube zwar nicht, dass es so gedocht ist, aber so als Nachttisch. Doch. Das geht. Das geht. Sehr schön. Dann hätten wir, ja. Den komischen Raum da auch fertig. Hier ist nicht viel, wie es aussieht. Wir sollen auf jeden Fall die Couch verkaufen. Den verkaufen. Fertig. Das ist der ganze Raum. Okay. Warte mal. Hab ich hier... Warte mal. Warte mal. Haben wir. Okay. So. Und dann haben wir hier noch das gute Heimkino. Erstmal Müll aufräumen. Hm. Das war's schon. Reinige die Verschmutzungen. So. Und Gegenstände kaufen. Frei stehende Säule fest. Das ist die da. Ach. Boxen. Der Sound ist hier nicht gut genug. So. Da muss mehr Wummsrinder beim Film gucken. Okay. So. Und da sie auch im Kino in der Regel von allen Säuten kommen, der Sound, ne. Wollen wir hier auch nochmal hin? Zumindest war das zu meiner Kinozeit so. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich war bestimmt schon seit gefühlt zehn Jahren nicht mehr im Kino. Hier ist natürlich doof wegen der Tür, aber... Geh noch. Geh noch. Das war das ganze Bude, du. Viel zu tun gab's hier echt nicht. Können wir hier was anmachen? Nee. Ah. Da ist sogar ein bisschen was zu sehen. Nicht viel, aber... Das war die ganze Bude, ne? Jo. 100% überledigt. Aber immerhin ist es grob 24.000. Jo. Das ging mal schnell. Das ging wirklich schnell. Riesene Hütte, kaum was zu tun. Aber er passt schon, passt schon. Das gilt haben wir. Okay. Das war mal ein einfacher Auftrag. Na ja, bis auf das eine Buggy-Bild da, aber gut. Das ist ja nun nicht das erste Mal, das wir dann haben im Luxury-Deal-Zini. Ich weiß zwar nicht, ob die Küche so gedacht ist, aber es geht schon, es geht schon. Gut, dann gif uns unser Geld, mein Freund. Danke, Dunke, Danke. Jo, Bilder werden gespeichert. Wie sind wir? Ich mag kein Spielzeug für Kinder. Ich möchte keine Kinder haben. Ja, dann zieh nach Timpuk, du Mensch. Okay, dann sind wir aber auch für heute am Ende. Wir machen selbstverständlich weiter. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch mehr Häuser dazu kommen. Das können wir gleich noch einmal gemeinsam gucken. Ob es jetzt noch auf drei steht oder nicht. Es steht auf drei. Ich hoffe, das sind jetzt mal die letzten. Oh, so langsam. Doch, es ist gewaltig viel, was wir da haben im Luxury-Deal-Zini. Wir werden es aber sehen. Bis morgen. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.